Ich bin da! Seit 23 März ist draußen ein neues Album mit dem Namen Neon. Was steckt hinter dem Namen des Albums? Also ich wollte tatsächlich das Album Blacklight nennen. Und weil das Album geht darum, tatsächlich um eine neue Perspektive zu schaffen, neue Blickwinkel zu schaffen und Schwarzlicht wurde damals erfunden, um Dinge zu sehen, was die Nacht der Auge nicht sehen kann. Und das habe ich dir meiner Tochter erzählt. Und sie hat gesagt, du meinst wie Neon. Und ich dachte, okay, das ist einfach besser. Und ich finde es schön, den Weg, das Name zu entdecken, weil das ist genau das Ding. Durch ihre Perspektive habe ich tatsächlich einen besseren Namen gefunden. Und das ist eigentlich auch das, was ich versucht habe zu erreichen. Der ganze Prozess, der ganze Reise war aus dem Komfortzone zu kommen, neue Perspektive zu schaffen. Und ja, ich liebe die Namen. Ich liebe diesen Namen, weil es wirklich, habe ich dann in der WhatsApp-Group bei mir sofort alle Geschichten und die waren alles vor. Ja, viel besser. Und ich war, ja, danke. Das hast du vorher nicht gesagt. Also es hat nichts mit den Vorlieben für Farben zu tun, weil das letzte Album Prisma war ja auch ziemlich bunt, habe ich gesehen gehabt. Ich finde es sehr passend. Ich finde irgendwie so, es ist auf jeden Fall eine musikalische Entwicklung für mich, aber trotzdem gehört es auch zu jedem anderen Album davor. Und Neon ist erstens übersetzt, bedeutet etwas Neues, was auch sehr passend ist. Und dann ist die zehnte Atomic Nummer, was auch mein zehntes Studioalbum ist. Ich mag Zeichnungen. Ich mag halt das Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin und sehr oft merkt man durch so eine Entscheidung, dass es würde dadurch bestätigt. Diesmal hast du mit einem Hip-Hop-Produzenten zusammengearbeitet? Ja. Das heißt, du agierst auch im Rap selbst, oder? Ne, also so Rappen mag ich nicht. Also das ist ganz wichtig, glaube ich, weil für die ganze Rap-Community halt irgendwie so, das ist wirklich irgendwie so ein Extrem, nicht fanatisch, aber auf jeden Fall diejenigen, die lieben halt Rap und so wirklich sich damit beschäftigen, der gibt es einen Höhlenanspruch. Also du kannst nicht einfach einsteigen und sagen, jetzt, ich bin Rapper. Und das ging mehr über diese Symbiose, halt so die Urban Beats und dann diese Hip-Hop-Klang oder Sounds, die mit Abbas und Explosiv kamen und zum Teil bizarr. Und dann mein, das, was ich mache, also Melodie und Text und die zusammenzubringen. Und die, es war einfach was viel Großeres, als wäre ich alleine da gestanden. Okay. Opener, Beautiful Life, also meinerseits so ein bisschen guter Launessong. War das der erste Song, der fertig war? Es war tatsächlich die erste Lied, die ich mit Abbas geschrieben habe und für meinen Geschmach auch das erste Lied, die den Weg ein bisschen geleuchtet hat, weil auf einmal habe ich Klänge gehört, die ich nicht in meinen Rucksack, so musikalischen Rucksack hatten. Und habe ich dann ein paar Leute gespielt, die ich auch schätze und die waren sofort irgendwie so, das ist es. Und es hat eigentlich mehr eine Bestätigung für mich gegeben. Und vorher auch vor allem, wenn du das erste Gespür von Music bekommst, wo du sagst halt, okay, oh, hier muss es lang gehen, dann willst du nur schreiben und nur schreiben und nur schreiben, weil man weiß immer, dass es eine Welle ist. Und dann haben wir halt Is It Love geschrieben, Hometown geschrieben, was haben wir sonst geschrieben? Wir haben Never Giving Up geschrieben. Wir haben schon fünf, sechs Lieder auf der Platte zusammengeschrieben. Und alle anderen Songwriting-Sessions danach würden dadurch inspiriert. Das heißt, du hast es eben angesprochen, du spielst das anderen vor. Also ist das wichtig für dich, was die anderen im Vorfeld dazu sagen? Oder denkst du, ja, ihr könnt es euch anhören, aber ich sage es nicht. Nee, also in der Welt gibt es halt zwei Menschen, die ich wirklich schätze, ihre Meinung. Also ich höre nicht nur zu, es kann meine eigene Meinung beeinflussen. Aber ich habe auch im Vordergrund auch mich selber die Frage gestellt, was will ich? Also es ist wahnsinnig wichtig, so ein gewisses Selbstbewusstsein zu schaffen. Und das schaffst du, wenn du ein klarer Ziel hast. Und ich war mehr beschäftigt mit dieser Gedanken, was erwartet jeder von mich? Was sind die Wünsche vom anderen? Und diese zwei Personen, die zählen eigentlich zum anderen nicht, die gehören zu mir. Also ihre Meinung ist ehrlich, wir haben alle drei, arbeiten wir schon sehr lange miteinander. Und das ist auch eine schöne Zeit. Es ist dieser Austausch nach vielen Reisen, viel Songwriting, dann hinzusitzen und dann alle Lieder hintereinander zu hören und denken halt, okay, welche denken wir, dass so ein Album gehört? Seit rund 20 Jahren lebst du in Deutschland. Ist Deutschland jetzt so mittlerweile wie eine Art Heimat für dich geworden? Ich glaube schon. Also ich glaube vor allem irgendwie so, ich fühle mich hier zu Hause, also ohne dass ich sage, ich komme aus Irland, ich bin auch Irlander, ich fühle mich aber sehr wohl hier und habe Familie jetzt, meine eigene Familie hier und fühle mich auch willkommen. Und ich glaube, das sind die Dinge, also ich bin immer umgezogen als Kind. Wir sind glaube ich fünf oder sechs Mal umgezogen. Und manchmal hat man sich nicht zu Hause gefühlt, zu Hause, weil vielleicht hast du nicht den richtigen Freundeskreis getroffen oder du wusstest, du warst schon irgendwie so nur ein Zwischenstopp und auf dem Weg woanders hin. Und ich meine, auch nach der Zeit weiß ich, dass ich hier zu Hause bin, aber habe nicht irgendwie so den Kontakt oder das Gefühl, dass Irland auch zu Hause ist, für mich abgegeben. Ich denke, man muss sich nicht unbedingt festlegen, aber man weiß auch, dass da, wo die Familie ist, das ist wirklich halt, wo man sich erholt. Wo man wirklich irgendwie so zu Hause ist. Und die habe ich in Deutschland und auch in Irland. Wie lange hast du jetzt insgesamt, kannst du sagen, an dem Album komplett dran gearbeitet? Zwei, zweieinhalb Jahre. Es war der gefühlte, längste Weg, den ich jemals gegangen bin, für ein Album. Also so wirklich, wow, sind wir immer noch unterwegs? Also so, aber das lohnt sich immer halt, wirklich an deiner Grenze und so weit zu gehen, dass du das Gefühl hast, dass du so leer bist, dass da nichts mehr ist. Und ich bin beim Songwriting immer sehr bewusst, wenn das letzte Lied geschrieben ist. Und auch vor allem, wenn das erste geschrieben ist. Das erste Lied, die auf jeden Fall auf dem Album kommt. Und das heißt lange nicht, dass andere Lieder nicht darauf kommen würden, aber die müssen sich an diese eine Lied anpassen. und das Prozess für mich ist schon länger halt irgendwie so, das sind die Dinge, die immer bei mir passieren und will auch immer warten auf diesen Moment, wo ich dieses Lied geschrieben habe, wo ich sage, okay, und das war Beautiful Life und ja, das ist jetzt gefühlte lange her. Ab September, große Tour. Ja. Auf was können sich die Leute einstellen? Was können sich freuen? Wir sind gerade dabei, dass wenn ihr diese Bühne jetzt ist die Zeit von Fantasy, wir stellen uns alles vor und dann treffen wir uns mit unserem ganzen Team und dann überlegen wir halt, okay, wir wollen das, das und das machen. Die denken halt, ist das Wahnsinn? Das geht ja gar nicht. Könnt es nicht. Und dann merke ich immer, dass dieser Wahnsinn und diese Fantasie trifft halt diejenigen, die das umsetzen müssen. Und dann heißt es, irgendwann ist so dieser Mittelpunkt, wo wir sagen halt, okay, das ist das, was wir umsetzen können. Und ich meine, wir würden letztes Jahr davor ausgezeichnet für unser letzte Bühnenbild vom Tour und ich glaube, das ist unser Ziel jetzt, das Video, um halt irgendwie so Menschen, so das Publikum zu beeindrucken. Ich meine, in den Großen, die wir spielen, spielt das Auge auch mit. Und ich will einfach die Fans auch nicht enttäuschen. Ich will die halt das Show geben, wo die wirklich sagen, halt im Endeffekt sind, die Tickets sind über 50 Euro und das ist viel Geld für den Abend und die mussten auch dieses Gefühl haben, dass es ein großes Erlebnis ist, dass es so ein Moment ist. Und jeder, der mich kennt, weiß auch, dass es mir wahnsinnig wichtig ist. Und bis jetzt, ich habe kein einziges Konzert im Kopf, wo ich sage, das war eine Enttäuschung. Aber ich glaube auch, als Konzertbesucher, ich kenne diese Gefühle und deswegen mache ich mit aller Kraft, dass es bei mir nie passiert, weil lieber komme ich nicht als wirklich zu dem Gefühl, jemanden zu geben, was ich mal einmal hatte auf einem Konzert von jemand anderem, wo ich dachte halt, es interessiert dich nicht. Das ist enttäuscht zu sein, aus der Marine zu gehen. Das darf es sich nicht geben halt. Und das ist auf jeden Fall mein Ziel, das nie jemanden in unsere Pop bekommen zu geben. Sing mein Song 2018? Ja. Südafrika, schönes Land, ne? Wunderschön. Wie kam es zur Teilnahme? Hm. Ich wurde schon einmal gefragt und ich habe das erste Mal zugesagt und dann abgelehnt, weil ich einfach nicht den Platz im Kopf hatte. Ich habe gemerkt, ich bin mehr, wie ich dir gerade gesagt habe, mehr mit meiner eigenen Musik beschäftigt, als dass ich die Zeit hatte für die Interpretationen von Musik vom Anderen. Und ich bin jemand, der mit allen Energien, allen Kraft in Musik einsteigt und wirklich irgendwie so sich verliert und emotional ist. Und da habe ich es mir schwer vorgenommen, halt das mit der Musik von mir miteinander zu machen. Ich war auch eine Kneipe, als ich damals in der Kneipe gespielt habe, da kannte ich, glaube ich, vier Lieder halt irgendwie so. Dann muss ich improvisieren die andere Zeit. Und dann, denn als ich Neon gerade im Kasten hat und fertig war und wusste, okay, wir haben so, wir haben das Ding in der Hand. Dann habe ich gemerkt, das war so, du kannst dir vorstellen, diese Wild West kleine Dörfer und alles in weggezogenen, also im Kopf, war ganz viel Platz zweimal. Und dann habe ich gesagt, hey, you know what, fuck it, okay, cool, ich habe Bock. Und ich meine, Johannes war dabei, ich kenne Johannes schon seit Jahren, die ganzen Jungs vom Revolver Held. Mark, auch jemand, die ich sehr lange kenne. Judith, Hall of Fairness, halt jemand, die ich einfach wahnsinnig schätze, halt, so eine unglaublich gute Texterin. Und dann, so ein bisschen unbekannteweise halt, ich kannte Alphaville, ich meine, ich rede von meinem Couch zu Hause in Irland, dann Top of the Pops und Alphaville und dann Leslie Cleo, die ich schon ein bisschen kannte, aber nicht persönlich und dann Mary Rose, wo ich dachte, okay, wir würden wahrscheinlich nicht viel miteinander reden können. Also wir hatten keinen Mittelpunkt, wo ich dachte, so, da haben unsere Wege gekreuzt. Aber natürlich, das war eine total herrliche Frau, so super, ein bisschen so Mutti-mäßig für uns allen, glaube ich, wir wollten halt gucken, dass Mary Rose glücklich war, also so ist sie okay. Und sie war super und ich meine, wenn du weißt, dass sie zum Beispiel gerade in einem Theaterstück in Hamburg spielt mit Erdbeerkoks und Nutten oder Nuttenkoks und Erdbeer, ist es? Nuttenkoks und Erdbeer, glaube ich, ist das. Auf jeden Fall Rock'n'Roll genug, um irgendwie zu sagen, halt okay, das wird jetzt spannend. Und ich muss, ich muss dir ehrlich sagen, ich finde Schlager ist halt so eine Beschreibung von so vielen verschiedenen Art für Musik, weil Chanson ist auch eine gute Beschreibung, aber sie ist, da gibt es halt Schlager, die ziemlich bon tempi ist, alles klingt leicht und nicht unbedingt inspirierend, passt aber zum Mood. Und dann gibt es halt Schlager, die wirklich großartig geschrieben würde und wirklich mit großen Produktionen, am meisten aus den nächsten Jahren, halt diese orchestral Arrangement und sie gehört dazu, sie ist halt so eine Legende in dieser Szene und hat sehr wertvolle Musik gemacht und immer, wenn ich ihre Interpretationen vom Anderen gehört habe, da war ich so überzeugt von mir, meine Stimme, dann wusste, da ist einfach eine große, da ist eine Legende und ich habe es geliebt. Ich meine, ich habe auch Neil Diamond in meinen CD-Sammlungen oder in meinen Playlists, also, weißt du, das ist eigentlich, es geht darum um Musik und es muss nicht nur vom Heute sein, das kann auch irgendwie so wie der Classics.